hey hollo und willkommen zu einer neuen minecraft runde diesmal spiele ich minecraft pvp kurs ja ich hab kurs mag ich eigentlich ziemlich gerne und let's go so da geht es auch schon los wer es uns den apel okay meine stimme versagt gleich wieder und dann rennen wir schon mal los ich hoffe die bauen sich hier was zusammen ja ja auch jeder bin noch gut rüber gekommen und dann war es das schon wieder okay oh nein ich baue jetzt einfach mal hier rüber so irgendwie soll ich mich mal hier rüber den ein chor ist wohl weg was wir haben schon gewonnen ja okay noch eine runde würde ich sagen yolo gg okay dann sind wir schon auf der in der nächsten runde und los geht's hoffentlich besser als gerade so das erste was ich immer mache ich mache mir mal holz und dann mal schauen auch wir sind auf der map okay die hauen sich natürlich so rüber was ich jetzt auch machen kann nice den haben wir weg gehauen gott ich muss angst haben nein lauf nice den haben wir gewonnen na ah ah fuck man ja nice den haben wir ja nice den haben wir okay das ist ein blauer kommt wieder ein roter komm den hauen weg komm ach ja klar ja war ja vollkommen klar denn schon mal richtig nice würde ich sagen geil sie nichts mehr ja den hauen wir noch runter alter was nein 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 hey okay wir haben das das dann haben wir gewonnen alles klar anscheinend haben wir gewonnen ich hänge aber noch irgendwie zwischendrinne fest ja dann würde ich sagen das war's für die runde und ja ich hoffe es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten mal ciao